Die Abstandsregeln einzuhalten, auch die Schutzmasken aufzusetzen und auffällig ist aber, dass man sie selbst noch nie mit einer Maske gesehen hat. Woran liegt das? Ja, wenn ich die Abstandsregeln einhalte, brauche ich die Maske nicht aufzusetzen und wenn ich sie nicht einhalte und ich zum Beispiel einkaufen gehe, dann treffen wir uns nicht offensichtlich. Sonst hätten Sie mich auch schon mit Maske sehen können. Ich verrate Ihnen aber nicht, wann ich wo einkaufen gehe. Also ich halte mich natürlich an die vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Vorgehensweisen und wenn der Abstand nicht einzuhalten ist, das ist zum Beispiel beim Einkaufen der Fall, dann ist das so und es wird auch andere Gelegenheiten geben, wo ich sicherlich noch mit Maske zu sehen sein werde. Zweitens